Wir alle müssen uns an die Gesetze halten. YouTube an die WHO-Richtlinien und die EU-Gesetze. Und wir uns an die journalistische Pressefreiheit. Deshalb sind wir auf Ikizana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier wieder bei uns in der Swiss Martin Klinik Küche. Guten Abend. Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Georgia ist auch wieder an meiner Seite. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Und dass Sie wieder dabei sind, liebe Zuschauer. Und heute kann ich Ihnen sagen, gibt es endlich mal wieder was Süßes. Wir werden heute etwas mit den Kastanien vorbereiten. Und es wäre eine Kastanienpouré. Und mit dem Kastanienpouré. Vermicelle. Also die Basis für die Vermicelle, ja. Und dann von dieser Püree machen wir einen schönen Kuchen. Kastanienkuchen. Ich liebe Kastanien. Ich auch. Und hier in Kastaneda. Weißt du, Kastanien, Kastaneda. Genau, hier sind wahnsinnig viele Kastanienbäume. In der Herbstzeit wirklich ist hier alles am Sammeln. Und auch wir im Klinikgelände, wir haben sehr, sehr viele Esskastanien. Das ist nämlich das Besondere hier eigentlich in unserer Region, ne? Ja. Die Esskastanien. Und wie die Eichhörnchen gehen wir dann sammeln, 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 sammeln für den Winter. Und wir freuen uns, dass wir Ihnen heute wirklich dieses leckere, einfache Rezept. Ja, sehr einfach. Für das Püree brauchen wir 500 Gramm Kastanien. Die sind verkochte, geschälte Kastanien. Also vorgekocht schon. Ja. Oh, die sind sehr, sehr weich. Verkocht. Okay. Es muss so sein, weil wir müssen die jetzt einfach pürieren. Und wenn du sagst, verkocht, was bedeutet das? Was für Kastanien verwendet der Zuschauer, wenn er das nachmachen möchte? Wie lange muss er das kochen? Man findet, es ist ein TK-Produkt. Es sind Kastanien geschält, vorgekocht. TK, also tiefkühlen. Also tiefkühler, ja. Geschält, vorgekocht und einfach eingefroren. Und es ist super für alles. Also wir benutzen das oft, weil es ist natürlich ein bisschen schneller für uns. Aber wir können natürlich auch frische Kastanien verwenden oder frische Kastanien trocknen und dann verwenden. Also frisch getrocknete oder einfach gefroren, ja. Es ist einfach aufwendig, die Kastanie dann frisch zu verarbeiten. Oder auch wenn man sie trocknet, die Schale dann abzuschälen, die Haut abzupellen. Und ganz häufig ist wirklich so, dass sich dort diese Kastanienwürmer drin befunden. Ja. Also ich tue jedes Jahr auch mit den Kindern ganz viel Rösten, auch hier für die Patienten. Und desto länger die wir liegen lassen, desto mehr wirklich zeigen sich diese kleinen Löcher. Also diese Würmer, die sind wirklich verbreitet. Und man muss da gut immer die Kastanien auch beurteilen, wenn man sie lagern will. Und die, die nicht gut sind, einfach raus. Und verkochen heißt dann, oh hier spritzt das Kastanienpüree. Aber das heißt dann, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder was? Sodass sie richtig, richtig weich sind, ne? Ja, genau. Und das ist dieses typische Vermicellgerät, ne? Genau, ja. Was man bekommen kann. Man könnte natürlich auch einen Mixer verwenden. Also wie für euch wirklich besser ist. Das ist schön. Und die Kastanie ist auch wirklich sehr, ja, nahhaft und sehr, sehr sättigend. Und vor allem, sie ist sehr basisch. Sie hat viele Mineralien, Kalium, Vitamine, Vitamin B1 für den Nervenstoffwechsel. Ganz wichtig auch, um die Stammzellen anzuregen. Kohlenhydratstoffwechsel ist auch gut. Weil die Kastanie ist ein sehr stärkehaltiges, was ist es eigentlich, Gemüse, Nuss, was auch immer, die Kastanie. Frucht wahrscheinlich. Ja. Genau. Also botanisch, da gucken Sie es lieber selber nochmal nach. Wir sind uns da nicht so ganz sicher. Ich würde sagen, es ist eine Frucht. Und die hat sehr viel Stärke, merkt man auch. Es wird sehr lieblich, dann sehr süßlich im Aroma. Deswegen kann man sie sowohl in der süßen Küche als auch in der salzigen Küche verwenden. Da freuen Sie sich, haben wir auch noch eine spannende Sendung für Sie beim nächsten Mal parat. Und da helfen natürlich dann diese Kofaktoren auch, die Kohlenhydrate dann direkt zu verstoffwechseln. Vitamin B2 ist drin, wichtig im Vitamin-D-Stoffwechsel, gerade im Winter dann. Wenn es in die Infektsaison geht, da wollen wir sie ja vorbewahren. Ja. Sehr einfach, also wie du sehen kannst, es bleibt ein bisschen trocken oder so mellig. Also man könnte aber ganz ehrlich, weil wir brauchen ja diese Spaghetti jetzt nicht mehr, das ganz einfach auch machen mit einem Stabmixer, oder? Genau, ja. Okay. Was hast du jetzt da gerade noch gemacht? Ein bisschen Hafermilch und ein bisschen Ahornsirup. Zum Süßen. Zum Süßen. Vanillepulver. Ja, Bourbon-Vanille, man duftet, das duftet hier richtig schön. Ja, liebe Zuschauer, und der Kuchen ist natürlich auch wieder glutenfrei. Nicht vergessen, also für alle die, die da Probleme haben, aber auch die, die auf ihre Gesundheit achten, für alle die, die ein Problem haben mit Entzündungen, chronische Schmerzen haben, irgendwo, vor allem in den Gelenken. Ganz oft ist das ein Thema der Ernährung. Gluten ist natürlich da ganz weit oben, aber auch Obst und Gemüse, wenn es nicht richtig verarbeitet ist. Weil viele, viele Antinährstoffe haben so kristallartige Wirkungen. Wenn ich das esse, die lagern sich ab im Anschluss, diese kleinen Kristalle, die da entstehen, wenn es bei der Verstofflexerung rum. Und dann stehe ich am nächsten Morgen auf und merke irgendwie meine Handgelenke, meine Schulter, meine Knie, alles tut mir weh. Oder ich bin irgendwie geschwollen. Und deswegen ist ganz wichtig auch zu wissen, wenn ich an Entzündungen leide, chronisch, Schmerzen leide, chronisch, hat das vielleicht auch mit der Nahrung zu tun, die ich tagtäglich konsumiere. Und das hier ist einfach so ein Kuchen, der hat wenig Zutaten, ne? Die Nüsse könnten noch problematisch sein, weil gerade so Entzündungen, Schmerzen muss man immer ein bisschen darauf achtgeben. Aber Kastanie sind eigentlich sehr gut verträglich und der Schmerz entsteht in der Säuren, Entzündung, hat irgendwo ein saures Milieu. Und die Kastanie wirkt da regulierend basisch. Ja, super. Das werden wir jetzt im Kalt stellen. Damit es ein bisschen... Damit es fester wird. Und warum hast du es jetzt nicht einfach in eine Schüssel und einen Teller drauf? Man könnte auch. Ich wollte wirklich diese Form... Einfach verseigen. Ja. Aber um Müll zu sparen, Plastikmüll zu sparen, da müssen wir auch immer dran denken. Und auch den Zuschauern schulen, dass er da bewusst ist. Wäre es auch einfach, kleine Keramikschüssel, Teller rauf, draußen im Winter, wenn es kalt ist. Man könnte auch so machen, ja. Oder Kühlschrank. Ja. Okay. Super. Jetzt, was wir für den Kuchen brauchen, sind drei Eigelbe. Nur das Eigelb? Ja, zuerst. Und dann nur später. Das Eiweiß? Die Eiweiß. Hast du für mich eine Schüssel fürs Eiweiß? Eier gehören bei uns eigentlich in der Küche. Wie viele Eier verbraucht ihr so pro Woche? 200 Stück. Wirklich? Ungefähr, ja. Und für was braucht ihr die Eier? Für Kuchen, für Dessert und für die Speise zum Beispiel für so salzige Küche. Und ja, Omelette, Ei, Speise, Morgen. Zweimal die Woche gibt es Ei für die Patienten? Drei Minuten. Sehr, sehr gut. Man sagt ja immer, Eier, Cholesterin und so weiter. Bloß nicht. Also, nehmen Sie eine älteren Frau, die ihr Leben lang ihr Frühstücksei gegessen hat. Bloß nicht das Frühstücksei weg. Das sorgt dafür, dass die vielleicht noch klar im Kopf ist und nicht an Demenz leidet. Jetzt sehr einfach. Eigelb mit Kokosblütenzucker zusammen einmontieren. Mhm. Wir müssen wirklich einen Schaum erreichen. Die Masse sollte jetzt heller werden und wirklich schaumig. Und das braucht ein paar Minuten. Und sag mal schnell nur, was machen wir für eine Form eigentlich? Eine ungefähr 23 Zentimeter Durchmesser. Rund? Ja. Okay. Wenn es an die Rände klebt, einfach das wegkratzen. Mhm. Könnte man auch einen anderen Zucker nehmen? Ja. Man könnte... Oder Honig? Kastanienhonig? Schwierig, weil wir müssen schon einen Schaum erreichen und mit einem Honig oder mit einer flüssigen Süßstoffe... Schwieriger? Ja, ein bisschen schwieriger. Aber für den Geschmack sicher, ja. Siehst du jetzt, wie die Masse heller geworden ist? Mhm. Und weißt du, was ich jetzt am allerliebsten mache? Mhm. Aber es klebt richtig? Ja. Also, kein Kind der Welt würde jetzt nicht gerne aus der Schüssel essen. Und nicht nur Kinder. Vor allem der Kokoszucker. Also, der ist einfach so aromatisch. Selbstverständlich muss man sich dann halt die Zähne putzen, weil die Kaisbakterien, die freuen sich. Ja. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, liebe Zuschauer. Und wirklich, also, wir haben ja auch viel über gesunde Zucker gesprochen. Und es ist auch ganz wichtig, nicht hier jeden Tag Tonnen von Kokoszucker zu essen, weil es ist auch teuer, ehrlicherweise. Kokoszucker ist schon einer der teureren Zucker. Überhaupt nicht. Wir machen ja auch manchmal Kombucha, Wasserkäfer. Das ist nicht der Zucker, den Sie dafür verwenden sollten. Da reicht ganz normaler Rohrohrzucker zum Beispiel oder auch ein weißer Zucker. Die Bakterien nennen es das Wurst, so ungefähr. Aber hier gibt es die Farbe der Kastanie, die Farbe des Kokoszuckers ungefähr gleich. Ja. Ich habe gesehen, du hast noch Schokolade. Also, alles irgendwie so ein bisschen dunkel und eben diese Karamellnote. Aroma, ja. Ich habe jetzt die Kastanienpuree dazugegeben mit ein bisschen Vanillepulver. Die Kastanienpuree sind ungefähr 230 Gramm. Und es muss aber, also das sollte kühl sein. Ja, Zimmertemperatur immer am besten. Okay, weil du es in den Kühlschrank gestellt hast. Aber eigentlich nur für die Haltbarkeit, oder? Für den Kuchen hättest du es gleich verwenden. Genau, ja. Also, Giotta, das muss ich jetzt ja mal quasi probieren. Ja, aber mit den Haselnüsse später wird es noch besser. Also, mein Lieblingsdessert ist ja wirklich Wärmisse. Ja. Was ist dein Lieblingsdessert eigentlich? Ich habe kein Lieblingsdessert. Ne? Ich bin nicht so eine für süße, ich bin mehr salzig. Ja? Ja. Also, bei mir auch, je nachdem, wie viele Würmer ich habe, ehrlicherweise, weil die essen immer gerne mit. Aber, wenn was Süßes im Restaurant und wenn Wärmisse draufsteht, dann bestelle ich das immer. Also, dann würde ich etwas mit Zitrusfrüchten bestellen. Ich habe sehr gerne Orangen, Zitronen. Also, du hast gerne so dieses Limonsorbet mit Wodka am Ende. Ja, das wäre eine gute Option für mich. Das machen doch auch einige, die geben da noch irgendwie so in Wärmisse ein bisschen Schlaps rein, ne? Ja. Ja. Ich kann mich das gut vorstellen, ja. Auch in den Kuchen? Man könnte. Das wäre eine gute Option, eine gute Variante oder ein bisschen Kirsch. Das passt auch sehr gut dazu. Der Alkohol verfliegt ja, liebe Zuschauer. Ich glaube, da geht es eher so ein bisschen um das Aroma. Ja. Genau. Und der eine oder andere, der hat es wirklich noch gerne. Was machen wir jetzt? Letzte Zutat, die... Warte mal ganz kurz, kommt da gar kein Mehl dran an den Kuchen? Nein. Ah, das hält mir jetzt erst auf. Ja. Gar kein Mehl. Also, ich habe gesagt letzte Zutat, aber wir haben noch die... Eiweiß. Ja, das müsst ihr noch einmontieren, aber ja. Also, super. Und du willst sehen, was für eine schöne Konsistenz werden wir trotzdem erreichen. Bei den Nüssen ist es immer ganz wichtig, Giorgio hat es Ihnen jetzt gerade wirklich gezeigt. Sie müssen die Nüsse wirklich von guter Qualität kaufen. Vielleicht haben sie auch irgendwo selber im Garten einen Nussbaum und haben die Nüsse für den Winter vor Ort, können die trocknen, können die lagern, aber die müssen roh verarbeitet werden, weil auch gerade Haselnüsse haben ein wunderbares Fettsäureprofil, aber gemahlen oxidieren die sofort. Und dann haben die wirklich schädliche, schädliche Substanzen, die in ihrem Körper reagieren und Entzündungen, Entzündungen machen. Und es geht auch wirklich schnell. Und das Aroma ist ganz anders, oder? Ja. Es ist intensiver und wenn ich denke, dass ich wirklich nur... Was habe ich jetzt gebraucht? So drei Sekunden, vier Sekunden. Aber für die Nüsse ist mir schon aufgefallen, verwendest du eher dieses Gerät. Wie nennt man das eigentlich? Stabmixer mit einem... Aufsatz. Ja. Auf Deutsch weiß ich nicht, auf Italienisch sagen wir Conumbasetto. Und es ist eben hier dieser Drehhaken, dieses Messer, das wirklich sehr scharf ist. Kann man wirklich überall in unseren Geschäften finden und es ist auch gar nicht teuer. Nicht so wie... Aber man könnte ja auch, wenn man es so hat, einen Blender nehmen, oder? Ja. Durch weiß ich nicht. Ja, natürlich. Okay. Kann auch super funktionieren. Oder auch bei der Hand, wenn jemand wirklich Zeit hat mit einem Messer. Und wo glaubst du... Ich meine, für uns ist es natürlich super, weil wir verwenden hier kein Getreide. Es lohnt sich wirklich auch bei chronischen Schmerzen mal eine gewisse Zeit ganz auf Getreide zu verzichten. Da ist die Nuss richtig zubereitet, am besten eingeweicht und so weiter. Eine gute Alternative. Aber könnte man jetzt auch Mehle verwenden in dem Kuchen? Oder würdest du sagen, wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, ein Urdinkelmehl oder ein Buchweizenmehl, ein Reismehl statt Haselnüsse verwende, würde der Kuchen dann so ein bisschen von der Konsistenz her verlieren? Ja. Ich denke, es wird vielleicht ein bisschen mehr, weniger zart. Okay. Aber dann schneiden wir ein Stück und zeige ich dir. Aber ich denke wirklich, für dieses Rezept die Beste. Man könnte gemahlene Mandeln benutzen zum Beispiel. Also eine andere Nusssorte. Ja. Aber mit Mehl kann ich das nicht wirklich vorstellen. Okay. Okay. Oh. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch... Die Eiweiße. Das Eiweiß, was untergehoben wird, ne? Ja. Mhm. Das ist... Jetzt probiere ich das nochmal. Mhm. Schmeckt. Oh. Das müssen ja Haselnüsse aus dem Pimont sein. Mhm. Ja. Die sind ja köstlich, Georgia. Wirklich köstlich. Also da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Das ist einfach göttlich und himmlisch. Ich könnte mir vorstellen, dazu würde auch... Zu Vérmicelle wird ja immer so Baiser und Vanilleeis. Ne? Mhm. Das wäre auch lecker hierzu. Ach so, das bleibt hier stehen. Ich dachte, ich rauskomme. Ja. Oh, super, das liebe ich. Jetzt... Mhm. ...geben wir die Masse in eine größere Schale, Schüssel. So können wir ein bisschen besser arbeiten. Was ist denn so dein Lieblingsrezept aus Kastanien? Die Suppe. Kastaniensuppe. Oh ja. Ja, das habe ich auch sehr gerne. Oder was du immer zum Apero vorbereitest. Ah ja. Kastanienbrot. Ja. Mh, das ist super lecker. Das stimmt, liebe Zuschauer. Ist doch ganz einfach. Das ist so ein Kastanienfladen, ne? Ähm, hier können Sie mal die Masse sehen. Das ist jetzt... Da kommt das Eiweiß rein. Das darf schön fest sein. Oder was meinst du? Soll ich es machen? Ja. Muss das Eiweiß richtig fest sein? Ja. Hier wichtig ist, die immer von unten nach oben. Das heißt unterheben? Ja, unterheben. Das ist auch... Fortfältig unterheben. Das heißt auch, wenn man Mousse-Schokolade macht, muss man das Eiweiß... Genau. ...gut unterheben. Warum eigentlich? Magst du das den Zuschauern mal erklären? Weil sonst die Luft drin geht kaputt. Okay. Also die Masse, den Teig, oder wie heißt das? Ja, der Teig, es ist ein Teig. Es wird nicht mehr so fluffig. Mach ich das richtig? Ja, sehr schön. Noch eine Minute vielleicht. Eine Minute? Nein, halbe Minute. Entschuldigung, war schon ein bisschen zu viel. Wie geht es eigentlich so im Kochen nach der Arbeit? Also, ich meine so, du benutzt ja die ganze Zeit, du stehst die ganze Zeit, du rührst die ganze Zeit, du schnippelst. Ne? Ja. Wie geht es dir am Ende des Tages? Bist du da K.O.? Merkst du alle deine Muskeln? Oder? Nein, ich bin gewöhnt. Und ich könnte nie einen ganzen Tag sitzen. Ja. Das wäre für mich, da hätte ich wirklich Rückschmerzen oder, für mich ist es normal. Ja. Weil du kannst dich, du setzt dich ja eigentlich nie hin, ne? Nein. Du bist den ganzen Tag am Stehen. Genau, ja. Aber ich meine, es ist super. Welcher Beruf hat das schon noch? Ein Bauarbeiter vielleicht? Ja. Ein Friseur? Ja. Die meisten auch gerade im Homeoffice und dann bewegen die sich nur noch in ihren eigenen vier Wänden, die kommen ja nicht mehr raus. Und zum Glück sind wir auch nicht wirklich nur im Piedi. Kann ich reingeben? Ja, nicht stehen, aber wir bewegen uns viel. Ja, ich finde das ist auch mal so interessantes Hintergrundwissen, dass man mal weiß, weißt du, wie ist eigentlich so der Tagesalltag eines Koches, eines Arztes und so weiter. Und was bedeutet das auch für die Gesundheit? Ja. Also, der eine muss mehr Bewegung integrieren, das ist auch ganz wenig, ganz wichtig, nicht ganz wenig. Und der andere vielleicht weniger, der kann sich dann abends wirklich mal aufs Sofa legen. Aber gerade wenn wir, kann ich es euch überall verteilen? Ja, sehr gerne. Gerade wenn sie, Backpulver kommen nicht rein, sag mal? Nein. Echt? Sehr witzig, hätte ich jetzt gedacht. Weil die Eier helfen, also Gonfilo, Lamasse. Okay, also die Eier allein, die drei Eier helfen, dass der Kuchen dann ein bisschen aufgeht. Ja. Das ist neu für mich, das habe ich nicht gewusst. Na, jedenfalls wollte ich sagen, Bewegung ist natürlich ganz wichtig und auch bei Schmerzen, ne? Alles Angespannt ist, alles verklebt ist. Da ist das Öffnen ganz wichtig, liebe Zuschauer. Und heutzutage muss ich noch nicht mal dafür in irgendein Studio gehen. Also es gibt auch zahlreiche Therapeuten, die schon online unterwegs sind. Da muss man nur mal schauen bei YouTube und dann findet man irgendein Video, was man zu Hause machen kann, nachmachen kann. Und einer macht es vom Computer vor für seine Beschwerden. Das ist einfach empfehlenswert. Einfach mal probieren, das sind Dinge, die kann ich selber tun. Kuchen backen kann ich selber machen. Ja. Sport kann ich selber machen. Ich kann entscheiden, trinke ich Coca-Cola und unterhalte damit meine chronischen Schmerzen oder trinke ich lieber gutes Quellwasser. Ah, okay. Du hast gerade quasi grob gehackt. Die Nüsse und die kommen jetzt oben rauf, dann sind die leicht geröstet. Genau, ja. Und die Schokolade? Später, okay. Als Dekoration. Wir backen die Kuchen beim 180 Grad ungefähr 40 Minuten. Okay. Also, ich hoffe, liebe Zuschauer, Sie sind genauso gespannt wie ich auf dieses Endresultat, was Georgia uns da vorbereitet hat. Sie haben gesehen, es ist kein schwieriges Rezept. Sie müssen einfach nur mal gucken, ob es irgendwo in Ihrer Nähe vielleicht Kastanien gibt. Vielleicht können Sie auch irgendwo hinfallen, mal am Wochenende selber sammeln. Wenn es heißt, im Herbst fallen die Kastanien wieder von den Bäumen. Ist auch ein schöner, äh, nicht Kastanienausflug, Familienausflug, wollte ich sagen. Und ansonsten im Supermarkt, in einem gut sortierten Bioladen. Auf Herbstmärkten findet man immer wieder auch Händler, die Kastanien getrocknet anbieten. Oder aber auch, kann man Kastanien eigentlich einlegen? Einlegen? Was heißt? Ich weiß nicht, kann man Kastanien fermentieren oder so? Hast du so? Es ist nicht so üblich, ne? Wir können probieren. Mhm. Wow. Also. Ich brauche keine Sparte. Das duftet. Das duftet wirklich sehr, sehr lecker, Georgia. Und sie sehen, also jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass er so hoch gegangen ist, aber es ist ein sehr feiner, zarter Kuchen. Auf den ersten Blick würde man denken, es ist Schokolade. Weil er so dunkel ist. Ja. Der Kokoszucker hat wahrscheinlich ein bisschen karamellisiert. Mhm. Das ist ja das, was den Kuchen so spannend macht, finde ich. Und jetzt kommt noch die Schokolade drüber. Also. Wie machst du das jetzt? Ach, einfach so ein bisschen. Künstlerisch. Genau. Du kannst gerne, wenn du möchtest, die getrocknete Blüten nehmen. Ich dachte jetzt, du sagst, ich darf jetzt probieren. Ah, das auch. Aber erst in ein paar Minuten. Ja. Da freue ich mich. Dekorieren ist auch immer, Sie wissen, unsere liebe Ebba aus der Küche hier, die tut uns all diese Blüten vorbereiten. Und ich finde jetzt diese Kombination gelb und lila schön. Was sagst du? Sehr schön, ja. Machen wir eine Streife? Ja, das weiß ich, dass du das immer ganz gerne hast. Deswegen dachte ich, das machen wir jetzt so. Darf ich auch ein bisschen pink? Mhm. Wir machen das ja hier Teamarbeit, ne? Die neue Zeit, liebe Zuschauer, ist Teamarbeit. Und Netzwerk aufbauen, sich wieder vernetzen. Und das tun wir hier. Wir vernetzen uns in unseren Gedanken immer mit Ihnen dort am Bildschirm. und freuen uns, wenn Sie hier bei uns ganz in der Küche sind. Und einfach Freude mit uns haben. Denn wir haben Freude, oder? Bei dem, was wir tun? Ja, sehr. Es gibt auch manchmal sehr, sehr lustige Sendungen. Also schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt? Dr's Kitchen Talk. Wunderbar. Bis bald. Auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.